Nichts. Die Einstellung. Es tut mir leid, Leute, ich muss das gerade ein bisschen nachsynchronisieren. Ey, was ist passiert? Niemand will es mir sagen. Ein Pädophiler ist in der Stadt. Das ganze Dorf ist deprimiert, aber das ist ja wohl ganz normal, wenn so etwas vorgefallen ist. Wir versuchen alles, um die Einwohner zu beruhigen, aber es hat keinen Zweck. Sie sind völlig aufgelöst. Tja, scheiße. Wie gesagt, ich versuche das gerade nachzusynchronisieren, also vergib mir das mal ein bisschen, weil mein Computer voll war und er deswegen nicht mehr aufnehmen wollte. Und deswegen muss ich nachsynchronisieren, ja. Oh, ich hatte ja solche Angst. Total. Kasselkage. Oh, ich mache mir solche Sorgen, dass ich keinen Bissen runterbekomme. Kann ich den allerkleinsten Bissen? Kann. Nicht den allerkleinsten Bissen. Mamm, 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 mamm. Mal ein fressender Sack wahrscheinlich. Leere Flasche. Ich habe einen Bruder gefunden. Arrgh. Wenn ich doch nur fünf Jahre jünger wäre, dann wäre ich sofort losgezogen, um Kara zu retten. Das ist so geil. Früher haben sie ihn gehasst. Er war wahrscheinlich einer der ersten von denen, die gesagt haben, er muss verschwinden. Und jetzt, oh, wenn ich ihn nur retten könnte. Mal. Mal. Mamm. Wer. Ah. Oh okay. Ich habe mich schon nur dabei, aber etwas zu tun. E-Hu-HU-HU-HU... Ich mache alles zum Teufel und mache mich vor. Das stimmt, dass die Abstand ausfahrene sind, und dann den Garlere Fahre zu gehen. Das ist eine der Warteste hier? Das war's. Spalzern, gar kein Problem. Wie gesagt, aus technischen Gründen ist das gerade seit ein paar Minuten am Nachsynchronisieren, daher, äh, ich muss auch mit deinem Bildschirm gucken und sehe halt nicht so viele Wörter und Buchstaben und sowas, deswegen muss da ein bisschen zusammenreiben. Entschuldigung, deswegen. Oh. 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 das kann ich bin ich bin das war vom spukneiler er der verliebt die städte charakter ist jetzt gehören kursachen ich bin die grüne Bastion in zwei Team zusammenarbeiten sollte es die Erfolgsrate für die Missionen steigern Gebt dein Bestes. Begebt euch jedenfalls zum Flussreich und trefft euch mit Kakashis Gruppe. Dann arbeitet zusammen, um den Kazakage zu retten. Digi, Digi. Sollten wir uns nicht all das zocktweil auf diese Sache vorbereiten? Am Arsch. Geht gleich los. Wenn ich höre, ist Naruto wieder da. Ja, ich bin schon seit einiger Zeit da. Das war ich. Ja, ich wollte mal ein bisschen ja, Doffnote verteilen und so. Kappmännlich. Ich kann gar nicht glauben, dass er jeder da ist. Dass du verlieren konntest. Dass er verlieren konntest. Ja, stimmt. Li hat ja gegen ihn batschen müssen. Du bist eigentlich ja super. Er ist jetzt als Geilke, wenn wir nicht mehr gegen den wir trennen. Ja, Li muss er gegen ihn ordentlich einstecken, Heider. Aber doch ordentlich ausgeteilt, so ist er nicht. Upp. Bein, Leute. Oh, ho, ho. Oh, yeah. Hier, hier, wir noch. Wir sollten uns bla, alles klar. Wir wollen uns mäßig. Bläh. Aber das ist alles Piraten. Kriegen wir denn gar keine Pause? Alter, der Kasekage wird gesucht. Der muss gerettet werden. Die sind zwei Meter gelaufen und wollen eine Pause haben. Wasch mit dir? Wasch mit dir? Boah, Henta hier. Oh, der Post hier. Oh, ein NATO war das. Da kommt ein NATO. Oh, der ist der Kasekage. Oh, der ist auf der Kasekage. Oh, das ist schon schön? Danke. Oh, oh, das ist ein Schmuck, wie der Kopf ist. Ich werde mich sofort daran denken. Das ist ein Schmuck, das ist ein Schmuck. Das ist ein Schmuck. Also... Jetzt geht die Batscherei los. Ja kein Problem. Komischerweise nimmt er Lee. Ich glaube die beiden sind in einander verknallt. Geil und Lee. Bling Bling Ping Pong Pung. Voll die Pornodarstellerin. Ich will noch immer ein bisschen schreien. Das ist ja so. Dann können wir hier auch ein bisschen ein wenig zu geben. Okay. Ich habe das ganz coole Neiji. Ja ja passt schon. Neiji und Tamari. Ach fuck it. Ich habe vergessen wie der Typ heißt. Haki? Nein. Sorry Leute. Habt vergessen wie der Typ heißt. 1. Kampf beginnt. 1. Kampf beginnt. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Wir können. Wir leuchten so durfs. Stimmt wir können ja jetzt ein Team Yo hook 1 einsetzen. Aber ich habe keinen Plan wenn man es macht. Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt einsetzen soll. Scheiße da. Oh, fuck you, was ist das denn? Scheiße, das ist so ein scheiß Team Yutsu jetzt gewesen, ja. Boom, baby, in your face. Hahu, Meiji. Gesundheit, 20%, ach du Scheiße. 36, Bonus, 1.100 C ran. Ja, das war schlecht. 1.200 C haben wir bekommen. Ja, nicht gerade die besten Wertungen, aber gut. Ausweichen, durchtauschen, ach, so verteidigt man sich. Ich drücke LT und RT in dem Moment, in dem du Angriff deines Gegners trifft. Damit aktivierst du, Ko, ja, keine Ahnung. Gemeinsam gegen starke Feinde, kämpfen gegen schwere Gegner mit, ey, wie berufst du Unterstützung? Wenn du Team-Anzeige auflegst, zur Vorbereitung, ja, hilft mir das auch nicht viel. Ich meine, wässert er mal die Pflanzen. Jetzt habe ich es, ja. Ja, das war es, aber... Okay, das war es, Rhee. Das war's gut, oder? Die beiden? Hey, das ist...